Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwei Minuten Pause! Wie lautet dein richtiger Name? Wie lautet mein richtiger Name? Bones? Er steht in der Akte. Nein, nein, ich will das erst mir sagen. Wie lautet mein richtiger Name, Russ? Mein Name war Kyle. Dein Name war Joy. Du, du bist nicht mein Bruder. Bones? Nein, er hat gelogen. Wobei hast du uns noch angelogen? Was? Verschweigst du uns noch, Russ?